Musik 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 Hier kommt der Englisch. Das ist egal. Mein Schaue hier ist. Mein Schaue hier ist. Ich habe mich schon interessiert, dass die Region des Region des terminalistas nach unten die Region des Verteidigungshaus be Natur, dass die Region des Verteidigungsmuster um die Region des Lergens anwalt. Das ist eine große Anwalt, und dann hat sich die Region des Landtags einst. Eine Dorfschule, wenn wir das nicht allein machen. Wie wir wissen, Türkan ist im ersten Weltkrieg, wie wir gesagt haben, der afspersische Reich gewesen. Wir haben zwar türkisch gesprungen, aber unsere Stimme war arabisch. Die Stimme hat gewiesen. Wo ist der sogenannte Typ, ne? Der Vater der Türken. Normalerweise wie der Türken sagt, ne? Klassischer Türken-Typ, schwarze Augen, schwarze Augen, dunkle Augen, ne? Aber der Vater Türken war jetzt für einen echten, augenligen Ländler, der in der Halle war. Schütte. Er ist von zwölf in der Seite gewählt, aber es war auch Kriegler unter dem deutschlandischen Reichstag. Das ist 1881. Er hat 1923 türkische Reproduktion gegründet. Bis dahin haben wir nun arabischer Schöpfgang. Er war der einzige Person, der am islamischen Ländler schwarze gesetzt, Demokratie und Lateinschrift und westliche Kleidung. Wie ihr seht, das ist eine staatliche Schuhe.